Hallo, ich bin Florian Becker, Schornträger, 19 Jahre alt und ich hoffe, dass ich einen kleinen Eindruck dazu animieren kann, dass er mich unterstützt. Viele von euch fragen sich sicher, was Schornträger eigentlich ist. Es ist ein Sport, bei dem 4-6 Mann auf einem Eislauch gefällt, wie ihr hinter mir seht. Gegen einander laufen und sich manchmal auch abschießen, weil es Stürze gibt, das Spektakuläre Überholmanöver gibt und das ist einfach das Faszinierende an dem Sport, weil es einfach nur was los ist und es ist sehr spannend, also sehr rasant, dass es einfach ist. Aber fragt euch sehr, was braucht man eigentlich, um ein richtig guter Schornträger zu sein? Also es braucht definitiv ein sehr umfangreiches, intensives Training, was Krafttraining, Imitationstraining, Eistraining, Radtraining und auch viel Krafttraining erfordert, weil es gibt ja unsere Sportartbrauch sehr hohe Lackartresistenz, es gibt teilweise bis zu 20 bis 22 Lackart, also Millimol Lackart. Und es ist sehr, sehr hoch und definitiv auch sehr hart, um das auch umsetzen zu können, dass man das durchhält. Und weiter, 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 weiter! Sitz, hopp! Komm, 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 komm! Und jetzt mal über meine Ziele reden. Also mein Ziel ist definitiv Olympia 2018, das ist mein größtes Ziel, das will ich ja in dem Bereich und dafür will ich alles. Und das Ziel für diese Saison, das ist für meinen ersten World Cup zu qualifizieren, in meinem ersten Seniorenjahr dieses Jahr. Und ich hoffe, dass mir das auch gelingt. Und ich würde mich hier in den Tresden durchsetzen und das schaffen.